Lange hatte es sich angekündigt, jetzt scheint es perfekt. José Mourinho wird laut englischen Medienberichten zur neuen Saison zum FC Chelsea zurückkehren. Eine offizielle Bestätigung wird es laut The Sun zum 1. Juli geben. Der Portugiese war bereits von 2004 bis 2007 Trainer der Blues und gewann dort nach über 50 Jahren gleich in seinem ersten Jahr die englische Meisterschaft. Er wiederholte diesen Erfolg ein Jahr später. Mit Real Madrid holte der 50-Jährige in seiner zweiten Saison nach drei Jahren erstmals wieder die spanische Meisterschaft und führte die Mannschaft zweimal ins Champions-League-Halbfinale. Nun also die Rückkehr zur großen Liebe? Auch wenn Chelsea den Champions-League-Titel ohne José Mourinho im letzten Jahr gewann, mit sechs Titeln in drei Jahren, ist er der erfolgreichste Trainer in der Klubgeschichte des FC Chelsea.